Und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Borderlands 3 dem DLC Love, ganz in den Tackles mit Willem Ralf und wir sind nicht mehr an der gleichen Stelle wie gerade eben, weil ich ja wie gesagt habe die Aufnahmesession an der Stelle beendet habe und dafür die Kisten jetzt hier von unten ab, bisschen Money, bisschen Money, immer wieder gut, immer wieder schön und jetzt gucken wir mal, wie wir hier weiterkommen, ob wir hinter das Geheimnis kommen und im Maschinenkern, ja, ein Stück des Herzens zu sein scheint. Moment, ich muss doch kurz hier, da, Maus hat jetzt Platz, weil meine Maus hatte gerade ein bisschen zu wenig Platz. So, ein bisschen Huni kaputt machen. Das fühlt sich toll an. Aua Weil, nehme ich mir doch von Poseidon. Verrückterin dich mal. Ah, du Wichser wegen dir hat sie sich wieder geresettet. Solche Kraft! Wille Wichser wegen Wut? Ich bin doch mal in Ruhe, Loot, ne? das fesseln rick sack ok die ich gerade habe kostet mehr was schmeiße ich denn dafür weg du hast dich freiwillig gemeldet billig klump so und wir gehen jetzt mit dem muni ich kann verkaufen so vergleichen dann bist du hier richtig so 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 Man muss nur noch drauf hinrennen, wenn ich was brauche. Nein, du entweist uns! Du bist unwürdig! Mann, das hat ihr wohl nicht gefallen. Ich bezweifle das auch. Ein Stück in Death Traps Auge. Einfach reinpriemeln. Das ist der technische Ausdruck dafür. Okay, das könnte vielleicht unangenehm werden. Keine Ahnung. Ich bin ja kein Roboter. Also, wenn meine Berechnungen korrekt sind, und das sind sie so gut wie immer, braucht Death Trap, wieder technisch gesprochen, einen ganzen Arsch voll Energie für den Laser. Wenn wir die Energie des Reaktors auf ihn umleiten, leuchtet er auf wie ein Baum am Söldnertag. Naja, nur ohne Köpfe. Okay, Babe. Geh da rein und dreh den Saft auf! Kammerjäger, pass auf Death Trap auf, während er sein Ding macht. Mach mich halt alle kaputt! Kapuut! Mann, das alt! map! Mann, guck mal! Mann, guck mal! Mann, guck mal! Mann schützt! Mann, guck mal! Bas oh, Opportunity mir Knows..... Mann! Mann! Mann, es atom. Mann, wir unlocked! Oh, die großen sind schon wieder erledigt Nicht abhauen Der bin ich Der hat auch hinter sich Ich muss die Reaktion verlangsamen Wirf das Bohrkühlmittel in den Kern Ja, Moment Ich bin nur nicht beim Looten für dich Äh, was ist da? Was bist du? Äh Du bist eine Jacobs Stimmt Bist du die Frau vom Jacob Dem alten Jacob Ne Dann bringst du mir gar nichts Äh Das war wohl nichts Äh, lass den Tritium Treibstoff ab Nein, schalte die Override Steuerung aus Jagd sie zum Teufel nochmal einfach hoch Äh Äh Nichts funktioniert Death Trap Nein Hol ihn da raus Kamajäger Oh 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 Hammerjäger Ist er okay? Oh 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 Bitte, gib mir ein Zeichen, dass du noch da bist. Irgendwann. Gage, es tut mir leid. Nein, 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 nein. Tut mir leid, ich konnte ihn nicht retten. Er war, das war alles, was ich noch hatte. Wärst du stärker, könntest du die retten, die du liebst. Bist du aber nicht. Du kannst also höchstens hoffen, gemeinsam mit ihnen zu sterben. Los, mein gewundener Streiter. Diese Würmer können dir nichts anhaben. Sollen sie es nur versuchen. Watt, wo? Der wäre? Na, scheiße. Badass! Enttäuscht mich nicht! Ich bin die Größte! Ich bin die Größte! Es lebt! Ich bin wieder immun, was über die Idioten bei mir? Schnauze, Leute! Ooooooh, mir geht die Muni aus! Äh, sorry, ich muss mal kurz mal Luki-Luki machen in der Muni, gell? Hier ist ja lang, wo ich uns selber unterhalten. Willst du's versuchen? Doch, alles aufgemacht. War da nichts mehr drin? Aber es ist bisschen was. Da muss ich erstmal noch eine andere Waffe dazu tun. Oh Gott, aber die tun alle so wenig Schaden machen. Was hab ich denn hier sonst noch? Nichts macht auch nur ansatzweise so viel Schaden mit dem Magi. Aber auch gar nichts. Da fehlt so wenig Muni für den Magi. Aber egal, dafür kriege ich jetzt den Muni. Gugeln kauft man bei Marcus Munitions. Hm. Du weißt, wo du mich findest. Niemand mehr Schaden. Mordest du? Ich hab Kugeln mit deinem Namen drauf. Moment, so war das nicht gemeint. Du musst hier nur Granat, Mods und Muni, okay. Hier gibt's kein Schwitzen, sondern Spritzen. Doktor Sitz, mobile Klinik. Kannst du alles in die Mülltune treten? Ja. 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 Um. Deine Spats. Ja. Kamau Wien. Okay. Ist auch volle Stärkige, gell? Moment, halt mal. Lass mich mal timeouten. Was ist das? Gewiesen. Was ist das? Hm, naja. Schau nicht das, was ich suche. 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 Was ist das? Das war's für heute. So, der ist auch nur weg. Boah. Nicht abhauen. Boah, das war doch nicht so knapp. Boah. Boah. Und was war das, was ich da gekriegt hab? Wie du was schwächeres. Oh, verreckt doch endlich mal. Das komische Blut. Was aber das ist, das fickt mich voll. Boah. 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 Oh nö, Kackstift. 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.